NovoMind iShop stellt heute einen neuen, innovativen Einkaufskanal vor. Über diesen neuen Kanal können die Endkunden gestengesteuert in einer virtuellen Welt, verbunden mit der realen Welt, in einer Augmented Reality, Kleidung anprobieren und auch kaufen. Die Basis dieser Lösung ist der NovoMind iShop, der mit seinem 6Multi-Konzept dieses Cross-Device-Commerce unterstützt. Für den Kunden gibt es nur einen Einkaufszettel, einen Warenkorb und einen Checkout.